Hey Leute, habt ihr schon mal Bananen wachsen sehen? Also ich nicht. Ich bin hier gerade auf einer Insel und schaut mal, was ich gefunden habe. Hier wachsen einfach Bananen. Berry, nicht pflücken. Nicht pflücken. Die sind doch nicht durch. Ach, die sind grün. Genau, die sind grün. Nicht pflücken. Berry, lass es. Sollen wir eigentlich Berry eine Banane im Supermarkt kaufen, die schon gelb ist? Dann lass Alin like da.